Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute ist die Greenfingers von Xplode dran. Sie hat eine NEM von 402 Gramm und hat ein Kaliber von 25 Millimeter und 30 Schuss. So sieht das Ganze von oben aus, nichts Besonderes. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir raus zur Zündung. Preislich waren wir hier bei 11,11 Euro gekauft bei der Feuerwerksvitrine in der Sommeraktion. Also bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, jetzt von Xplode, wie versprochen, der Greenfingers oder Fingers. Und da würde ich mal sagen, mal gucken, ob es grüne Finger sind. Das wird eine wirklich schöne Irre. eine kleine Batterie, muss man mal sagen. Feigen ist jetzt hoch und dann kommt gleich noch mal so ein kleiner schöner Goldwirbel und dann oben halt ein schönes Bouquet. Also mir hat es gefallen. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.